Drittens, kommunizieren und tauschen Sie Informationen regelmäßig und offen aus. Pflegen Sie einen konstruktiven Dialog in der täglichen Arbeit wie Beratung, wissenschaftliche, berufliche Aktivitäten, Austausch von Fragen im Zusammenhang mit Patienten. Viertens, haben Sie guten Willen, alle Probleme im Arbeitsprozess zu lösen und zu unterstützen. In der Ärzteschaft ist die Koordination zwischen Gesundheitspersonal, insbesondere Ärzten, Apothekern und Krankenschwestern von großer Bedeutung, um Patienten schnell und effektiv heilen zu können. Als medizinisches Personal haben wir den Wunsch, dass jedes Mal, wenn ein Patient medizinische Dienste in Anspruch nimmt, eine optimale Versorgung daraus erwächst. Dieser Beitrag macht deutlich, wie wichtig eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und zwischenmenschliche Beziehungen im Team und zwischen den einzelnen beteiligten Berufsgruppen in der Pflege ist. Eine gute Teamzusammenarbeit ist Voraussetzung für eine präventive Pflege, die nach den Bedürfnissen des Betroffenen ausgerichtet ist, den höchsten Qualitätsansprüchen und den modernsten gesetzlichen Anforderungen entspricht. Vor diesem Hintergrund sollte die Schaffung einer Willkommenskultur im Pflegesektor, gerade in diesem Bereich, wo wir es in unserer Arbeit mit Menschen zu tun haben, oberste Priorität haben. Der Ansatz der Entwicklung von Magnetkrankenhäusern in Deutschland sollte intensiviert und in Zukunft ausgeweitet werden. In einem Magnetkrankenhaus können Pflegende mit hoher Fachkompetenz exzellente Ergebnisse erzielen. Die Pflegenden weisen große Zufriedenheit auf und es gibt nur geringe Fluktuation. Das Konzept des Magnetkrankenhauses beinhaltet eine offene Kommunikation zwischen den Berufsgruppen und einen angemessenen Personalmix. Die zukünftigen pflegerischen Reformvorhaben müssen weiter vorangetrieben werden. Man kann der Politik gerade in dieser Zeit und vor allem nach dem langen Stillstand keine Tatenlosigkeit in ihrer Pflegepolitik vorwerfen. Das Thema Pflege ist endlich in Politik und Öffentlichkeit angekommen. Dass die Politik sich auf dem richtigen Weg befindet, zeigt auch die konzertierte Aktion Pflege, die sich weiterhin in der Umsetzungsphase befindet. Die beschlossenen Maßnahmen zu den zentralen Hauptanliegen der Pflege in der CAP – mehr Ausbildung, mehr Personal und mehr Geld – reichen aber nicht aus, um die Situation der Pflegepersonen und der Pflege in Deutschland insgesamt so zu verbessern, dass die Pflegepersonen an der Basis vor Ort die entlastenden Maßnahmen auch tatsächlich zu spüren bekommen. Amen. 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 Vielen Dank.